Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play. Ich habe gedacht, ich fange das jetzt ja auch einfach mal an und spiele mal eine Runde Counter-Strike Global Offensive. Es ist auch nicht das erste Mal, dass ich das spiele. Also wundert euch nicht hier über irgendwelche Medaillen, die ich schon habe und irgendwelche scheiß Waffen, die ich schon gefunden habe und Kisten, die kein Mensch braucht, weil die Schlüssel viel zu teuer sind. Für den Ton kann ich mich auch gleich mal quasi entschuldigen. Das ist nicht unbedingt das beste Mikrofon, aber man fängt ja klein an. Ja, ich würde sagen, legen wir auch mal direkt los mit dem Spiel. Reservegruppe spiele ich eigentlich am liebsten. Da könnt ihr mir jetzt quasi zugucken, wie ich mal richtig schlecht spiele. Ja, kommt nämlich immer drauf an. Manchmal ist die Runde nicht schlecht, manchmal ist sie grauenhaft. Dust. Nur dann. Das ist ja schon mal nicht so die schlechteste Map. Ja, jetzt mal gucken. Bei Team mag ich eigentlich immer automatisch auswählen, obwohl ich eigentlich echt besser spiele, wenn ich Terrorist bin. Gucken wir mal, wo wir landen. Automatisch. Na toll. Äh, hallo? Äh, was ist mit meiner Maus? So, okay, Maus. Ich will ja geklärt. Tja, ist ja toll. Ich gleich erst mal nur zugucken. Super. Bei dem, der ist ja ganz spannend. Der ist auch nicht, obwohl doch, da wird es glaube ich gleich spannend. Oder? Hier so links. Ja, ja. Tja, Pechkart. Hm, na toll. Ja, läuft der für mein Team. Was, 13, 18, 21. Sehr gut. Also diese neuen Brandgranaten da, die finde ich ja auch noch bedingt geil. Das kommt immer drauf an. Tja, das war's. So, ach, jetzt bin ich doch Terrorist. Hä? Okay, entweder habe ich mich verguckt, oder... Egal, los geht's. Gehe ich gleich mal hier meinen Lieblingsweg. Den finde ich ja richtig geil, jetzt hier auf der neuen Map. Wobei ich womöglich jetzt gleich direkt erschossen werde. Das mal noch zum ersten. Wow, leider. Wow. Ja. Toll. Ja, so sieht's aus. Ah, schon wieder. So läuft's quasi immer. Geht gut los. Ne. Wo ist die Aave? Da ist die Aave. Was hat der hier? Der hat keine Aave. Das wäre ja meine Idee, jetzt eine Aave zu kaufen. Oh, oh. Ja. Ja, ich habe nur kein Geld. Sehr gut. Und dann sparen wir mal die nächste Runde. Ach, guck mal, ich warte einfach, bis der hier stirbt. Und schon habe ich, was ich will. Das wird womöglich darauf hinauslaufen. Ich habe mir nur seinen Namen nicht gemerkt. Wie heißt der? Ah, geht mal weg. Okay. Flowing fire. Ja. 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 Oh, jetzt erzählen wir nicht, ich bin der Letzte Ne Hä, wo denn? Nein, zu langsam Gibt's doch nicht Wo ist er denn jetzt hin? Hä? Ich meine die Runde haben wir zwar gewonnen aber der Kerl ist irgendwie Weg Da war er Naja, egal Ich hab ne Harfe, wuhu Und kein Geld für ausgegeben Perfekt So läuft's Jetzt muss nur Wenn die jetzt sich alle wieder hier in mich rein stellen, ey Dann wird's scheiße Jawohl Jawohl Ja, geh doch mal weg Glück gehabt Das ist echt hier scheiße Das sind solche scheißen Wenn die sich alle so in einen rein stellen Ähm Ähm Jetzt läuft's aber hier Mehr Glück als Verstand Viel Kills Viel Kills Na, werd ich hoffentlich MVP Haben wir schon das erste Stern-Titel verdient Jawohl Sehr gut Das läuft Das läuft, das läuft Gleicher Weg nochmal Come on, let's go Das ist meines Erachtens Irgendwie der beste Weg Mit der Erwe da um die Ecke Gucken Das läuft Wenn sich nicht einer in einen rein stellt, was mir auch schon passiert ist Und dann hab ich gar nichts getroffen Ah, shit Also, okay Ah, toll Ich lauf natürlich in dem Moment Was? Oh Scheiße Tja, da ist die Awe weg Naja, ich kann mir noch einen leisten Boah Boah, was war das denn? Geil Nicht schlecht Oh, jetzt kommen wir aber grad wieder auf den Sack Meine Fresse Ja, toll Ja Ja Oh, Mann Kam mit einem ist er zu einer Schießerei, ja Großes Kino Es reicht sogar, wenn ich jetzt sterb für noch einen Aber ich glaub, die haben's begriffen Schmeißen jetzt die Rauchgranaten genau dahin Das ist natürlich mehr als schlecht Ja, da ist einer Da ist einer Das ist doch scheiße Boah Boah Der hat ja bestimmt wieder nur meinen Arm gesehen Ganz groß Ach, fuck Kann sein, dass die sich im Moment sehr auf den Tunnel konzentrieren Ich glaub schon Ja Ja Dann Jo Den hat er weil Weggelackt Das ist doch Großes Kino Ja Ich hab die Bombe Dann Gehen wir mal Einen anderen Weg Ich stelle Ich fange Ich fange ein Ach, scheiße, Mann. Steht da auch einer hinter der Kiste. Fuck. Das hätte eigentlich funktionieren können. Kack. Oh, jetzt, ey, ohne Mist, was stehen die denn auch dahin? Ja, geil. Beste Wahl der Waffe. Gerade auf der Map. Und wenn man da hinten steht, ist das echt eine gute Idee, dafür sein Geld rauszuhauen. Ja, probiere ich halt nochmal das andere. Flashbank. Das läuft jetzt aber nicht so gut. Okay, jetzt läuft es da oben nicht so gut. Das läuft gerade nicht so gut, habe ich das Gefühl. Nein. Oh. 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 consumen. Oh. da hinten rum. Da muss ich nur noch 30 Sekunden. Yeah! Man könnte ja auch nicht mal auf die Idee kommen, sich die Bombe zu holen. Langweilig. So, hier der weiß 100 pro von seinen Kollegen, wo der steht. Und kackt jetzt drauf, weil jetzt läuft eh die Zeit ab. Tja, hat der andere hier toll hingekriegt. So, letzte A-Runde. Ist womöglich eh die letzte Runde und dann haben wir es eh verloren. Geil. Okay. Das Gute ist, von meinen Stat her bleib ich mit Sicherheit positiv. Scheiße, Dreck. Was? Oh, wieso hat mir jetzt einer die Bombe gegeben? Was? Ich dachte, er hätte ihn aus der Luft durch den Rauch mit der Pump geholt. Ja. Das wird nix mehr. Toll. Jo, dann... Oh, ich habe eine Glocke gekriegt. Ja, geil. Dann war es das hier für die erste Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten.